Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei WarTales. Hier ist der Opa Barrio, der alte Sack von Holstone TV. Und ich wünsche euch immer gute Unterhaltung, viel Spaß. Ich bin schon ein bisschen vorangeschritten, habe also schon eine Partie, mit der wir unterwegs sind. Bestehend aus zehn Truppmitgliedern, acht Personen und zwei Ponys. Die Ponys, Pony in Clyde. Wobei mein nächstes Ziel sein soll, für Clyde eine Satteltasche zu bauen. Aber da hat sich noch kein Leder. Ich möchte jetzt, möchte ich hier zu diesen rot markierten Gebieten, weil wir nur zwei Aufträge erledigen können. Wenn ihr seht, wir haben nur noch 42 Gold, es wird also etwas knapp. Das müsste rein theoretisch irgendwo hier hinten sein. Also noch nicht irgendwo jetzt hier hoch, sollte das sein. Oh, Blümchen. Nach Möglichkeit immer mitnehmen. Kann nie schaden. Das können wir natürlich auch hier brauchen, aber das ist ja, da seht ihr, müssen wir ringsherum laufen und das dauert wieder. Aber andererseits, wir brauchen es ja. Wenn wir vernünftig, nächste Phase werden dann Schwerter, Einhandschwerter und sowas. Das muss ich als nächstes produzieren für meine Truppe. Wir haben jede Menge Einhandkämpfer. Schilde müssen wir noch weiter ausbauen. Die Fähigkeit. So, Eisen gesammelt, wenn wir das Eisen, da können wir die Blümchen auch mitnehmen. Das sind immer so die, das sind immer so die, die unnötigen Sackgassen, finde ich. Ich dachte schon, jetzt gehen sie da auch nicht mehr zurück. Oh, viele Wölfe. Wölfe bringen Leder. Wir brauchen Leder. Immer schön gucken, dass sie auch wirklich die richtigen angreifen, nicht dass es ein Missverständnis wird. Ich möchte also, um Leder zu bekommen, mit die Wölfe angreifen. Wen haben wir denn als erstes? Wen dürfen wir denn? Drainersuit. So. Und noch mal einen hinterher. Okay. Ein schöner Zug beendet. Wo will er denn hin? Ja, Lona ist natürlich Nahkämpferin. Und diesen nicht vergessen, immer noch mal hinterher. Nein. Wir brauchen das Leder nicht aus dem Kampf fliehen lassen. Nach Möglichkeit nicht, weil entweder kriegt er hier Beute. Entweder kriegt er Beute. Na gut, Beute ist es ja in beiden Fällen. Egal, ob es Personen sind oder wie in dem Fall Tiere für Leder und Fleisch. Es ist ja beides Beute. Hier muss man ein bisschen Abstand lassen. So, also. Egal welchen von beiden. Damit ich, damit er wirksam ist. Sonst wäre der Schlag ins Lebril gegangen. Zug beenden. Da ist unser, sowas wie ein Barbar. Barbar. Und hier auch noch mal. Na, so. Das müsste es gewesen sein, oder? Da, sechs. Seht ihr. Und wie gesagt, ich muss eine Satteltasche für Kleid basteln. Und da kann ich Leder garantiert immer gut gebrauchen. Ich weiß nicht genau, Zutaten im Moment noch gar nicht genau. Holz. Achso. Hier oben seht ihr, wir konnten also schon einen Hauptmann und einen Leutnant erstellen. Und sind natürlich dabei, unsere bestehende Truppe aufzurüsten, aufzuleveln. Das soll erstmal größer, will ich so im Moment nicht machen. Nur, nur besser und stärker. Um mal so eine Grundrichtung vorzustellen. So, hier hoch, schätze ich, muss das sein. Denn sonst wüsste ich nicht. Ja, wie gesagt, zwei Aufträge nah beieinander. Und wieder hoch. Ich mache nix. Ich tun also, man muss ja auch nicht, man muss ja nicht alle angreifen. Holz. Oh, schon wieder Wölfe. Kämpfen natürlich, Wölfe. Und jeder wieder getötete Wolf bringt natürlich auch Erfahrung. Das soll man ja auch nicht unterschätzen, ja. So, ihr seht noch, die hat noch ein altes Schild. Da hatte ich auch noch nicht, noch nicht mehr Materialien. Eins, zwei, drei, vier, fünf Wölfe. Gut, dann fangen wir hier an. Ne, so. Dann braucht die nicht, dann braucht die nicht über die Bärenfalle laufen. So, der soll auch nicht über die Falle. Das ist unser Schwerkämpfer. Wie ihr schon gesehen habt, im Nahkampf natürlich nicht so effektiv. Mal wenigstens ein Filter dazwischen sein noch. Aber er muss sich ja erstmal verteidigen. Und besser als nix. Wir hatten jetzt zurückgestoßen, sodass er nachher unser Schurke erst mal den Jaina, Jaina muss mal aufpassen. Die hat Doppelschlag, die plättet sonst die eigenen Leute mit, da muss ich gucken immer. Aber so geht das. Hat sie überhaupt schon? Na, jetzt. Ich weiß gar nicht. Hauptsache nicht die eigenen Leute. Leona kommt da nicht ran, aber Ich weiß gar nicht. So, erledigt Nummer 1. Ja, da hat sie wenigstens was zum Austoben. Ich wundere mich. Ich nehme sie hier hin. Ich nehme sie mich. Nummer 2. Wer ist denn dran? Ach so, das ist, das ist unser Merkurienkämpfer. Petsch. Na, mach keinen Scheiß, wo ist er, da, müsste er ja auch erledigt sein jetzt, noch nicht, noch nicht, na gut, die ist glaube ich noch, die ist noch ziemlich neu, die, 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 die ist noch nicht ganz so stark glaube ich nein, neder, neder so, wieder aufpassen, zwei, drei, bisschen Abstand, Abstand lassen mit den nächsten Punkten, die wir bei Lernen fürs Lernen bekommen, muss ich, muss ich oder möchte ich, Medizin müssen wir dabei haben, müssen wir gucken, dass ihr Medizinfläschchen habt, egal ob selbst hergestellt oder gekauft habt, aber ich habe welche, ähm, ja, Schmiedekunst dann, die Produktion von, von Einhand Waffen, muss ich dann lernen. Amen. 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 Amen.